sweet and salty back in action duplo spekulatius typ spekulatius limited edition die habe ich 1,99 glaube ich war das gekauft ja weihnachtliche sorte und limited also nicht für immer duplo spekulatius das besondere geschmackserlebnis feiner creme ok wenn man gespannt zehn stück hier ändert sich nichts klassisch riecht erst mal nach normalen duplo ok und mal sehen gefällt mir schmeckt sehr gut der geschmack ist jetzt nicht so stark aber man merkt den schon also diesen spekulatius geschmack man merkte schon aber man muss es ja auch mögen diesen keks geschmack so hat ich schmecken sehr gut ja die fallen mir Einen neuen. Komm, noch eine. Dann waren es nur noch sieben. Ja, sehr gut. Eines der besten Limited, meiner Meinung nach, von Duplo. Die hatten ja auch, was war das andere, weiße Schokolade, war auch nicht schlecht. War das Erdnussbutter, das eine, das war nicht so gut. Und so eine Milchcreme hatten die man, glaube ich, die war auch, ja, auch gut. Aber dieses Spekulatius finde ich einer der besten. Vielen Dank fürs Zusehen und einen schönen Feiertag morgen. Ciao. Ciao. Ciao.